Der Ostheimer ist bereits die 23. Rhöner Extratour, was allen Wanderbegeisterten sicher zugute kommt. Thomas Lemke war an der Konzeption der neuen Route beteiligt. Damit diese sich mit dem Siegel Premium-Wanderweg schmücken kann, müssen gewisse Ansprüche erfüllt werden. Also ein Premium-Weg ist ein Weg dann, wenn er auch das Wandersiegel vom Deutschen Wanderinstitut bekommen hat. Jeden Weg geht dann eine Zertifizierung voraus, da wird das Wegeformat überprüft. Also auf welchem Untergrund läuft der Wanderer. Hier sind Erdwege besonders beliebt, schmale Pfade. Also das hat der Ostheimer in hohem Umfang. Die Landschaft entlang des Ostheimers ist abwechslungsreich. Auf weichem Untergrund führen die Pfade durch den Wald und bieten immer wieder herrliche Aussichtspunkte zum Innehalten. Die Natur ist hier als ein echtes Highlight. Wir haben hier Kalkmarkerasen, großflächige Naturdenkmäler wie die Doppel der Eiche, wo all der Eichenbaum direkt an der Wegstrecke, Streuobstwiesen, also all das, was die Rhön im Ganzen zu bieten hat, haben wir hier am Ostheimer auch auf engstem Raum. Das Tolle an dem Premium-Wanderweg, die Strecke hat eine angenehme Länge. Trotzdem kommt bei dem Marsch keine Langeweile auf, denn die Route hat viel zu bieten. Der Ostheimer ist aufgrund seiner Länge, es sind sieben Kilometer, nicht sehr anspruchsvoll. Das Relief ist aber relativ bewegt, also es geht schon oft hoch und runter, man sollte gut bei Fuß sein. Es ist ein klassischer Wanderweg, der im Prinzip aber ein breites Publikum auch ansprechen soll. Nach so viel Bewegung an der frischen Luft ist eine warme Mahlzeit etwas Feines. In Ostheim gibt es in gemütlichen Restaurants die Möglichkeit, eine fränkische Kartoffelsuppe mit deftigem Zwiebelblut zu genießen. Wer es etwas Ausgefallener mag, der greift zu Spare Ribs. So können sich fleißige Wanderer erstklassig von dem Marsch auf dem Ostheimer erholen.